Und weiter geht's mit Shiver. Beim letzten Mal haben wir dieses Rätsel übersprungen und der Deckel klemmt. Und wir kriegen ihn nicht auf und es hat überhaupt nichts gebracht, das Rätsel zu überspringen. Toll! Das könnte nützlich sein, aber mit bloßen Händen bekomme ich sie nicht. Wir haben eine Angelschnur. Ja, wofür auch immer. Und wir wurden hier eingesperrt, als Dank dafür, dass wir der Tochter geholfen haben. Ich sollte wirklich schlafen, aber wie soll das auf diesem Ding funktionieren? Wenn ich es herrichte, falle ich zumindest nicht runter. Wenn ich etwas hineinfülle, kann ich daraus ein Kissen zum Schlafen machen. Mit das kleine Fenster komme ich nicht hindurch. Hier ist so ein Schrumpfkopf. Er beobachtet mich genau. Ich muss vorsichtig sein. Okay, wir haben uns jetzt ein Kissen gebastelt. Ist hier noch irgendwas? Was wir nehmen können? Er hat mich eingesperrt, aber warum? Ich habe mir doch geholfen, oder nicht? Ah! Riedel! Verflixt, er darf nicht hören, was ich hier tue. Es gibt jetzt zwei Botteln. Der erste sollte ihn in die menschliche Form, und der zweite sollte sein Körper in die Wollform. Das sollte funktionieren. Ich habe unsere Dauerte bereits verloren, und ich kann nicht einen Sonnenschein verlieren. Moment, dann heißt das, wir haben diesen blauen Trank bekommen, um in der menschlichen Form zu bleiben. Dann haben wir ihr doch eigentlich Gutes getan, wenn wir ihr dasselbe gegeben haben, was wir immer bekommen haben. Oder sind wir auch ein Wolf? Oder haben wir ihr das andere gegeben, und sie ist jetzt an die Wolfsform gebunden? Man weiß es nicht so genau. So, was haben wir denn hier noch? Bücher. Ich muss warten, bis er das Haus verlassen bleibt. Ich glaube, dass ich einen Kampf gegen ihn gewinnen würde. Hier ist es zu dunkel. Es ist zu hoch. Aha. Gute Nacht. War das ein Traum oder eine Erinnerung? Das Amulett sah aus wie das des verrückten Mannes. Was bedeutet das? Ich sollte herausfinden, ob der verrückte fort ist, und schreit da direkt wieder rum. Er ist fort. Okay. Wo bin ich denn jetzt gelandet? Es wurde am Boden festgenagelt. Ich kann das gerade nicht nehmen. Gut gemacht. Ich brauche einen Werkzeug, um ihn herauszuziehen. Was haben wir denn mit der Zange gemacht, die wir vorhin hatten? Nagel. Wolfsfell. Meister ist gut. Er schickt immer gutes Fleisch. Letztes Mal hat er uns einen Arzt gebracht. Das muss der Schlüssel für meine Tür sein. Vielleicht kann ich ihn irgendwie nehmen. Schnur mit Haken. Ja, wenn das doch immer so funktionieren würde. Ich bin ein Arzt. Schlüssel. Mehr Nützliches ist hier nicht, oder? Boah, ist dieses Spiel bisher toll? Ja, ich bin voll begeistert. Ich nerv euch damit. Sie ist fort. Aber sie war doch noch nicht in der Lage, sich zu bewegen. Was ist das? Eine Art Tierhaar? Ja, Mann. Wolfsfell. Hör doch mal auf mich. Hier ist immer noch keiner da. Hier auch nicht. Ich brauche etwas, um diese Spitzen abzudecken. Ich kann es nicht riskieren, auszurutschen. Du bist aber ein guter Kletterer, mein Freund. Ich sehe Menschen. Ich muss dort hingelangen. Sie können mir bestimmt helfen, vor diesem Mann zu fliehen. Wir sind doch schon geflohen. Gefäß. Ich sollte nicht zu weit flussabwärts gehen. Ich könnte mich verlaufen und ich möchte nicht unerwartet auf diesen Verrückten treffen. Das Loch ist zu groß. Ich sollte es versiegeln. Das Loch ist zu groß. Ich muss das zu großartig sein. Das Loch ist zu großartig. Wir müssen uns überlaufen. Das Loch ist zu großartig. Das Loch ist zu großartig. Es bleibt eineinige Situation. So, okay. Ich weiß nicht, ob das so eine gute Idee war, hier hinzukommen. Aber wie cool das aussieht. Und wie echt die Wiesen aussehen. Und boah, geil, geil, geil. Also zumindest optisch. Boah. Und ausgenockt. Na toll. Oh, mein Kopf. Was ist geschehen? Wo bin ich? Moment, wo ist der Bär? War das ein Bär? Und sie haben fast alle meine Wälder genommen. Okay. Die Frau hat etwas in den Händen, aber das Bild ist zu klein und zu schmutzig. Vielleicht könnte ein Vergrößerungsglas helfen. Das ist ein Kästchen, was René gehörte. Da kommen wir jetzt aber wohl nicht dran. Hey, hier wurden Menschen angekettet. Zum Glück wurde ich nicht angekettet. Auf dem Gitter befindet sich etwas. Das ist zwar kein Schlüssel, aber ich sollte trotzdem mit dem Kieselstein durch das Loch befördern. Wenn ich sie aus der Wand heraus bekäme, könnte ich die Kette verwenden, wenn ich nur meine Waffe hätte. Kästchen Ohne den Code könnte es Stunden dauern. Ein Durchgang! Das Loch führt zu einem Durchgang. Jetzt kann ich fliehen. Ach so, ja, na dann. Wow! Fackel! Diese Teile müssen in die richtige Position gebracht werden. Ohne einen Hinweis könnte das ewig dauern. Vielleicht sollte ich erst noch einen Hinweis suchen. Ja. Das sieht aus wie ein riesiger Fleischwolf. Vielleicht könnt ihr ihn ja für etwas anderes verwenden. Kieselsteine Ach so, ja. Ah. Okay, irgendwie war das jetzt cool gemacht. Und wir haben jetzt einen Löffel. Die Tür ist abgeschlossen, aber das Schlüsselloch sieht seltsam aus. Das wird einen guten spitzen Pflock abgeben. Ja, wir haben jetzt einen Pflock. Ich weiß nicht wofür, das erfahrt ihr beim nächsten Mal. Bis dahin!